Urdhva Mukha, Padmasana ist der nach oben schauende Lotus, die Rückbeuge aus dem Lotus heraus. Du bist in Padmasana und gibst die Hände nach hinten und hebst das Becken hoch. Das ist eine gute Übung zur Flexibilität der Hüften, auch Bauch und Brust öffnen sich und es kann eine schöne Öffnung im Anahata Chakra geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017